Ein mittelalterliches Kellergewölbe im englischen Coventry. Eigenartige Dinge passieren hier. Gespenstisch. Es war ein sehr seltsames Gefühl. Ich hasste es, hier reinzukommen. Hatte Angst. Mein Herz schlug schneller. Ich fühlte mich krank. Als Tourguide führte Carol Young über Jahre Besuchergruppen durch das Gewölbe. Und viele ihrer Gäste meinten, dort Geister zu sehen. Ich glaube nicht wirklich an Geister, aber es war merkwürdig hier. Der Geisterkeller von Coventry wurde zur gruseligen Berühmtheit. Bis Vic Tandy von der Coventry-Universität dort Schall entdeckte. Infraschall. Infraschall kann das Sehen beeinträchtigen. Es kann sogar Panikattacken auslösen. Für die Geistererscheinungen fand Vic Tandy eine wissenschaftliche Erklärung. Schall, den wir nicht hören können, der aber spürbare Wirkung haben kann. Infraschall entsteht, wo große Massen in Bewegung sind. Das passiert in der Natur, etwa bei Lawinen und Erdbeben. Infraschall entsteht aber auch durch Technik und Industrie. Große Maschinen und Sprengungen verursachen ihn. Selbst Windkraftanlagen erzeugen Infraschall. Wann immer ihre Rotoren sich drehen. Im dicht besiedelten Deutschland, wo Windparks bis an Wohnsiedlungen heranreichen, rauben sie vielen Menschen den Schlaf. Am schlimmsten ist es, wenn ich nachts ruhig im Bett liege. Nach fünf bis zehn Minuten merke ich, dass es mir schwindelig wird, dass Herzrasen beginnt, und der Tinnitus setzt wieder massiv ein und teilweise auch so ein enger Gefühl und Druck. Insa Bock und Hermann Oldewurtel leben in Ostfriesland nahe der Stadt Esens. Kaum 700 Meter vom Wohnhaus und ihrer Firma entfernt steht ein Windpark. Mit ein paar Dutzend Windkrafträdern. Die Anlagen arbeiten bereits bei geringen Windstärken. Sie laufen praktisch Tag und Nacht. Wenn man hier vier, fünf Tage schläft, das ist, als wenn man eine Woche durchgetrunken hätte. Das ist schlimm. Man hat Aussetzer, man hat wirklich komplette Aussetzer. Ich habe das am Telefon schon gehabt. Jetzt gibt es doch nicht. So, bin ich unterwegs, wurde ein paar Tage hier weg, bin ich wieder topfett. Zunächst war nicht klar, woher all die Beschwerden kamen. Der Windpark schien als Ursache ausgeschlossen. Denn Windkraftanlagen gibt es hier seit mehr als 20 Jahren. Bis wir gemerkt haben, dass unsere Beschwerden vor der Windkraft kommen, das hat ja auch gedauert. Wir haben es ja selber zu Anfang nicht geglaubt. Wir hatten immer so einen kleinen Windpark vor der Tür, also mit 52 Anlagen. Die haben wir zwar so als lästig und laut empfunden. Und die haben natürlich auch im hörbaren Bereich auch mal richtig Lärm gemacht. Aber es war nicht so, dass wir uns krank fühlten dadurch. Ähnlich wie bei anderen Anrainern von Windparks traten bei Insa Bock und Hermann Oldewurtel die Probleme mit dem sogenannten Repowering auf. Dem Austausch kleiner Windenergieanlagen gegen größere, leistungsfähigere Modelle. Eine Entwicklung, die das Umweltbundesamt im Zuge der Energiewende begrüßt. Hinsichtlich des Infraschalls von Windenergieanlagen ist man hier allerdings wenig besorgt. Man beruft sich dabei gerne auf Messungen, die in Baden-Württemberg durchgeführt worden sind. Diese Messungen zeigten halt, dass bei der Bebauungssituation, wenn man davon ausgeht, etwa 700 Meter Abstand zwischen der Grundbebauung auf der einen Seite und der Windenergieanlage hat, dass dieses Infraschallgeräusch im Hintergrundgeräusch untergeht. Das heißt, der ganze normale Geräuschpegel entsteht, ohne dass Sie spezielle Merkmale eines Infraschallgeräuschs dort herausfüllen können. Das heißt, wie hier auch grafisch dargestellt, ab einem Abstand von 700 Metern ist der Infraschall von Windenergieanlagen, hier in Rot, nicht mehr vom Infraschall des allgemeinen Hintergrunds, in Grün, zu unterscheiden. Die rote Kurve hat keine Ausschläge nach oben, keine Spitzen. Auch hier wird Infraschall gemessen. Allerdings, um mögliche Explosionen von Kernwaffen zu entdecken. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, betreibt hier im Auftrag der Regierung die Messstation I26DE. I26DE ist Teil eines internationalen Überwachungsnetzes, das die Einhaltung des Atomwaffenteststopp-Abkommens kontrolliert. Das gelingt der BGR mit hochsensiblen Messsystemen. Die Einlässe für den Infraschall, eher an Duschköpfe als an Hightech erinnernd, sitzen dicht über dem Boden. Dort ist das Rauschen des Windes am geringsten. Windgeräusche würden die Messung stören. Das Herz des Messsystems befindet sich einige Meter unter der Erde. Gartenschläuche leiten die Infraschallsignale der verschiedenen Einlässe an ein Mikrobarometer weiter. Der misst winzige Druckunterschiede, den Infraschall. Diese Messsysteme, die wir haben, sind in der Lage, den Luftdruckunterschied zwischen der Ober- und der Unterseite eines Blattes Papiers aufzulösen. Und zwar nicht nur einmal, sondern ein Vierzigstel der Dicke. Also das wäre die Genauigkeit unseres Messsystems. Sehr genau. Und damit auch empfindlich gegenüber Infraschallsignalen, die von technischen Quellen erzeugt werden. In der Nähe gibt es eine Wasserkraftanlage, also im Moldau-Stausee, wenn da entsprechend Wasser abgelassen wird. Eine andere Quelle, die auch bekannt ist, das wären Windkraftanlagen. Der Infraschall von Windkraftanlagen könnte die Messungen der Station i26.de also stören. Deshalb hat die BGR bereits 2004 die Infraschallemissionen einer einzelnen Windenergieanlage untersucht. Die Wissenschaftler interessierte vor allem, wie weit von der Windenergieanlage entfernt würde man die Infraschallemissionen noch feststellen können. Die Daten wurden im Nationalen Datenzentrum der BGR analysiert. Lars Ceraner schaute sich das Frequenzspektrum an. Was wir sehen, ist, dass wir mit unseren Infraschallsensoren bei tiefen Frequenzen sehr klare Signale von diesem Windrad sehen. Und zwar jedes Mal, wenn der Flügel den Turm passiert, werden Luftpakete zusammengedrückt und geschert. Und dieses Signal erzeugt eine Infraschallsignatur. Man spricht so von den sogenannten Flügelharmonischen. Die Flügelharmonischen der Windkraftanlage sind einzelne Frequenzen. Sie treten mit einem deutlich höheren Schalldruckpegel, heißt mit mehr Energie, aus dem Hintergrundgeräusch hervor, wie Lars Ceraner anhand der Grafik erläutert. Hier sehen wir blau. Und wenn man sich jetzt eine Linie durchdenkt, hier so durch wie der Maus folgt, dann wäre das das Hintergrundrauschen. Und der entsprechende Anteil, der sich da heraushebt, wie dieser Teil hier, das wäre der Beitrag durch die Windenergieanlage, die flügelharmonische, wenn der Flügel eben den Turm passiert und ein Infraschallsignal generiert. Die 2004 untersuchte Anlage war sehr klein, gerade mal 0,2 Megawatt stark. Für große Anlagen haben die Wissenschaftler eine Modellrechnung gemacht. Wir enden dann nachher so in der Größenordnung, dass wir sagen können, okay, so eine Anlage teilweise mit 5 Megawatt würde noch in knapp 20 Kilometer Entfernung ein möglicherweise detektierbares Infraschallsignal generieren. 20 Kilometer? Hatte man beim Umweltbundesamt nicht argumentiert, dass die Infraschallemissionen von Windkraftanlagen schon ab einer Distanz von 700 Metern im Hintergrundrauschen untergehen? Wie kommt dieser riesige Unterschied also zustande? In der Akustik ist es üblich, Bänder zu betrachten. Das heißt nicht jede einzelne Frequenz, sondern Gruppen von einzelnen Frequenzen. Was das mit den Daten macht, erläutert Cerane anhand verschiedener Kurven. Die blaue entspricht den ungeschönten Daten, zeigt klare Spitzen. Und wenn ich Bänder betrachte, dann hätte ich hier sogar eine rote Kurve. Man sieht hier ganz klar, dass die Spitzen weggemittelt werden. Eine derart geglättete Kurve lieferte dem Umweltbundesamt also das Argument, der Infraschall von Windenergieanlagen verschwinde im Rauschen des Hintergrunds. Zurück in Ostfriesland. Das Haus von Insa Bock und Hermann Oldewuttel ist ihr Wohnort und Arbeitsplatz. Verkaufen kommt deshalb nicht in Frage. Zwar hatten die zuständigen Behörden zunächst versprochen, Messungen durchzuführen, doch dann die Absage. Und da wurde uns mitgeteilt, dass es nicht möglich gewesen wäre, in der Zeit die Messungen zu machen, weil die Windrichtungen und die Windstärken nicht stimmten. Von den Behörden im Stich gelassen, haben sie also Selbstmessungen in Auftrag gegeben. Der Gutachter Sven Johansen führt sie aus. Zum Einsatz kommt unter anderem ein Vibrationssensor. Denn Windkraftanlagen erzeugen auch Körperschall, sprich Vibration. Sven Johansen vergleicht das Körperschallmuster der Anlage mit dem des Hauses. Das ist wie so ein Fingerabdruck, den man übereinanderlegen kann. Und daran sieht man oder kann auch nachweisen, dass dann durch die Quelle das ausgelöst worden ist, die man da im Verdacht hat, in dem Fall hier die Windkraftanlagen. Mikrofone messen den Außen- und Innenbereich. Ein Mikrobarometer registriert winzige Luftdruckschwankungen. Alle Geräte werden synchronisiert, zeichnen Infraschall und Körperschall die Vibrationen also gleichzeitig auf. Wenn wir Vibrationen oder starke Vibrationen anliegen haben, langen in der Regel schon sehr geringe Schalldrücke im Luftschallbereich, um halt ein Unbehagen, Unwohlsein eben auszulösen. Hätten wir keine Vibrationen, können die Schalldrücke in der Regel ein bisschen höher sein, bis dieser Effekt einsetzt. Das heißt, wir haben also hier eine Wechselwirkung zwischen eben Körperschall, Vibration und dem normalen Luftschall in dem Bereich. Deshalb ist es immer wichtig, sich beides gleichzeitig anzugucken. Vibrationen steigern also die Empfindlichkeit gegenüber Infraschall. Eine zusätzliche Belastung für die Bewohner. Diese Vibration ist mir wirklich tatsächlich aufgefallen, als ich im Bett gelegen habe, auf der Matratze. Und es kam so ein seltsames, überkam mich ein seltsames Gefühl. Ich denke, das kann jetzt irgendwie nicht sein, das ist ganz merkwürdig. Und dann im Dämmerlicht habe ich dann wirklich gesehen, wie sich die Matratze um deutlich mehrere Zentimeter bewegt hat. Und wenn dieses Brummen und Summen, so wie so ein Bienenkäfig auftritt, dann braucht man auch nur an die Hauswand die Hand legen. Dann spürt man schon, wie so eine Vibration da stattfindet. Wenn sehr viel Wind ist, dann spürt der Hund die Vibrationen auch und ist sehr unruhig, wandert immer hin und her. Und sein Lieblingsschlafplatz ist dann tatsächlich im Schrank. Auch wenn er geschlossen ist, macht er sich die Tür auf und dann schläft er im Schrank. Ich denke mal, dass er dann nicht direkt auf dieser Vibration liegt. Das Auftreten von Vibrationen konnte auch Sven Johansen erleben und mit seinen Geräten nachweisen. Die Messungen haben also eine deutliche Belastung ergeben, die auch sogar für uns als Messpersonal subjektiv wahrnehmbar war. In dem Bereich, dass wir halt selbst direkt am Haus sehr starke Vibrationen empfunden haben, die wir auch teilweise im Haus messtechnisch dann wiedergefunden haben. Neben den Vibrationen hat Johansen auch eine deutliche Belastung mit Infraschall festgestellt. Da waren also schon sehr hohe Werte im Infraschallbereich, auch innenräumliche feststellbar, teilweise eben lauter oder höher vom Schalldruckpegel als im Außenbereich eben zu messen gewesen sind. Eine Untersuchung durch die Behörden hätte ein anderes Ergebnis gebracht. Denn sie wäre nach der DIN 45680 erfolgt. Das bedeutet, der Infraschallbereich würde weitgehend ignoriert werden. Einzelne Frequenzen würden zusammengefasst, Spitzen dadurch geglättet. Grundproblem dieser DIN, sie geht einfach davon aus, dass Menschen unter 20 Hertz nichts hören. Doch zu dieser Annahme gibt es begründeten Zweifel. Das ist Professor Alex Salt, medizinische Hochschule der Washington Universität im amerikanischen St. Louis. Salt ist ein weltweit anerkannter Experte für die Physiologie des Innenohrs. Und seit einiger Zeit auch dafür, dass das Ohr auf Infraschall reagiert. Eine Beobachtung, die er und sein Team eher zufällig machten, anlässlich von Forschungen zu einer Innenohrkrankheit. Dabei setzen die Mediziner Infraschall ein, um zu testen, wie das Ohr während der Krankheit auf äussere Reize reagiert. Wir entdeckten, je tiefer die Frequenz, desto besser waren die Resultate. Also wählten wir statt hörbaren 30 oder 40 Hertz immer tiefere Töne. Und selbst bei 5 Hertz hatten wir bemerkenswerte Reaktionen. Dieser überraschenden Erkenntnis wollten die Forscher auf den Grund gehen. Warum reagiert die Signalübertragung im Ohr, obwohl gar nichts zu hören ist? Die Antwort liegt in der komplexen Anatomie unseres Ohrs, das unter anderem mit zwei verschiedenen Sinneshaarzellen ausgestattet ist. Infraschall stimuliert bei Menschen die sogenannten äusseren Haarzellen, nicht die inneren, die dem Hören dienen. Wir hören Infraschall also nicht. Dennoch sorgt er für eine elektrische Reaktion im Ohr, die weitergeleitet wird. Sortserkenntnisse beruhen auf eigenen Beobachtungen und intensiver Fachliteraturrecherche und gelten unter Kollegen als unumstritten. Ganz anders außerhalb der Wissenschaftswelt. Die Berater der Windkraftindustrie lehnen die Studie komplett ab. Seit Jahren schon machen sie uns das Leben schwer und müllen uns zu mit Klageschriften. Dies und jenes wäre nicht möglich. Obgleich Wissenschaftler anderer Meinung sind. Ich befürchte, das alles hat mit Voreingenommenheit und Geld zu tun. Für Professor Salt sind die wissenschaftlichen Fragen über Infraschall und menschliche Wahrnehmung längst noch nicht in Gänze geklärt. Und deshalb hält es der Mediziner auch für wichtig, sich diesen mehr zu widmen. Genau das passiert am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Hat Infraschall einen Effekt auf den Schlaf und die geistigen Fähigkeiten von Menschen? Ein Experiment soll das klären. Dazu bringt die klinische Psychologin Leonie Ascone Lautsprecherboxen in die Schlafräume freiwilliger Testpersonen. Die Probanden aus der Infraschalltestgruppe werden vier Wochen lang den tieffrequenten Tönen ausgesetzt. Die Beschallung erfolgt nachts mit 90 Dezibel, einer relativ hohen Intensität. Jeweils vor und nach der Versuchsphase werden die Probanden aufwändigen Prüfungen unterzogen. Einem Hörtest etwa. Die Reaktionszeit wird erfasst. Das alles soll zeigen, was eine vierwöchige Beschallung mit Infraschall mit den Testpersonen macht. Bist du scharf da? Ja. Dann geht's los. Diese Studie ist die Fortsetzung eines früheren Experiments. Damals hatten die Wissenschaftlerin Simone Kühn und ihre Kollegen Probanden kurzzeitige Infraschallsignale unterhalb der Hörschwelle dargeboten. Also Schall, den die Testpersonen nicht hörten. Angeschaut hatten die Wissenschaftler, was sich im Hirn abspielt. Wir haben interessanterweise gesehen, dass eben die Kondition, in der der Infraschall nah an der Hörschwelle gezeigt wird, irgendwie besonders ist. Und haben da stärkere Aktivierungen gefunden im sog. Anterior und Zingulum. Das ist eine Region im Hirn, die v.a. was mit Konfliktverarbeitung zu tun hat. Und in der rechten Amygdala. Das ist eine Region, die mit Stressverarbeitung in Verbindung gebracht worden ist. Infraschall aktiviert also ausgerechnet Gehirnregionen, die normalerweise Stress verarbeiten. Wieso, ist noch nicht klar. Wir haben auch spekuliert, dass wenn man was bewusst hört und weiß, da ist was, kann man es vielleicht besser ausblenden. Kann man halt eher sagen, das will ich gar nicht hören, ist mir egal. Aber vielleicht bei Sachen, die sozusagen nur so halb wahrnehmbar sind, hat man vielleicht nicht die Direktive zu sagen, das ignoriere ich jetzt. Das wäre so unsere Hypothese. Was man bewusst hört, kann man also einordnen. Gegebenenfalls einfach ignorieren. Was aber nur unterschwellig, also unbewusst wahrgenommen wird, macht Stress, vielleicht sogar Angst. Jemand, der sich mit so etwas auskennt, ist John B. Alexander. Einst Oberst der US-Army. Vietnam-Kämpfe. Spezialeinheiten. Später Chef einer Abteilung, die sich mit der Entwicklung unorthodoxer Kriegswaffen beschäftigte. Und spätestens seit den 1980er Jahren gehörten Infraschallwaffen dazu. Die wichtigste Frage war, sind die Effekte von Infraschall, von denen man liest, real? Wie wir herausfanden, ja. Einige Leute reagierten körperlich, ihnen wurde schlecht, schwindelig. Andere hatten psychische Probleme, Angst, unfähig zu denken. Effekte also, die sich gegen Feinde hervorragend einsetzen lassen, dachten wohl die US-Militärs. Und entwickelten Prototypen von Infraschallwaffen mit monströsen Ausmaßen. Oder Testkammern für Infraschalltierversuche mit Rhesusaffen. Und auch andere Mächte versprachen sich wohl was von der Waffe Infraschall. Wir müssen daran denken, wir reden hier von den 1980ern, von der Sowjetunion. Informationen aus dem Sowjetreich zu bekommen, war außerordentlich schwierig. Es gab aber Berichte unseres militärischen Geheimdienstes, dass die Sowjets im Bereich Infraschall irgendwas machten. Und bei den Chinesen war es ähnlich. Die beschäftigten sich mit ganz vielen solchen Techniken. Spätestens Mitte der 2000er Jahre starb die Idee, Infraschall militärisch nutzen zu wollen. Sie scheiterte an der Technik. Und an der Tatsache, dass Infraschall unterschiedlich stark auf Menschen wirkt. Für militärische Befehlshaber kein akzeptabler Zustand. Unserer Beobachtung nach wirkt es bei manchen dramatisch, bei anderen wenig. Und bei wiederum anderen gar nicht. Aber für Waffen gilt, Kugel abfeuern. Und du weisst, was sie im Körper bewirkt. Du brauchst also als Kommandant eine Waffe, von der du genau weisst, welchen Effekt sie erzielt, wenn du feuerst. Das Militär hat das Interesse am Infraschall verloren. Anders die Medizin. Dort wird der unhörbare Lärm immer mehr zum Gegenstand der Forschung. Prof. Christian Pfahl, Direktor der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie des Universitätsklinikums Mainz. Er und sein Team haben sich in den letzten 2 Jahren dem Thema Infraschall gewidmet. Es geht um akute Effekte. Untersucht werden menschliche Herzmuskelfasern. Für das Experiment werden jeweils 2 Fasern desselben Patienten isoliert. Die nur wenige Millimeter messenden Präparate sind noch am Leben. Sie werden in 2 identische Apparaturen eingespannt. Eine dient zur Kontrolle. Die 2. wird eine Stunde lang einer Frequenz von 16 Hertz, also Infraschall, ausgesetzt. Gemessen wird, wie sich die Kraft der Herzmuskelfaser unter dem Einfluss von Infraschall verändert. Es ist bereits die 3. Versuchsreihe dieser Arbeitsgruppe. 2 frühere hat sie inzwischen abgeschlossen. Man kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt in jedem Fall sagen, dass unter diesen Akutbedingungen, unter denen wir untersuchen, Infraschall tatsächlich einen eindeutigen Effekt auf das Herzmuskelbewebe hat. In beiden Versuchsreihen hat man eine eindeutige Verminderung der Herzmuskelkraft gesehen. Auch hier im Labor ist der tieffrequente Ton nicht zu hören, jedenfalls nicht bewusst. Er wird sichtbar, als Ryan Schaban ein Blatt Papier unter den Lautsprecher hält. Wie es Infraschall gelingt, die Kraft des Herzmuskels zu vermindern, ist noch unklar. Eine Theorie aber gibt es bereits dazu. Stellen Sie sich ein Ruderboot vor, wo die Ruderer drin sitzen und rudern. Das sind die Querbrücken des Muskels. Wenn Sie da jetzt dieses Ruderboot am Infraschallsignal aussetzen würden und das Ruderboot plötzlich zu schütteln anfangen würden, dann würden vielleicht in dem Achter 4 Ruderer normal weiter rudern. 4 andere würden aber vielleicht aus dem Takt kommen und schon fährt das Ruderboot weniger schnell. Was das Ruderboot oder besser die Herzmuskelphase aus dem Takt bringt, ist die Energie des Infraschalls. Und jede Energie hat physikalische Effekte, ob wir sie nun hören oder nicht. Infraschall ist gerade deswegen gefährlich, aus meiner Sicht, weil man ihn nicht hört. Die Bundesregierung ist in der Pflicht, die Bürger vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu bewahren. Im Bundesemissionsschutzgesetz ist geregelt, wie das geschieht und in welchem Umfang. Dort ist vor allem von erheblichen Belästigungen die Rede. Es sagt also nicht, dass jede Art der Belästigung durch dieses Gesetz abgedeckt ist. Es kann also durchaus Fälle geben, die sind unbestritten, dass sich jemand belästigt führt, egal durch welche Lärmquelle und die nicht von dem Gesetz erfasst werden. Das hat der Gesetzgeber bei allen Gesetzen so gemacht, dass es immer so eine Art kleinen Rest gibt, der nicht vom Gesetz abgedeckt ist, die die Bürgerinnen und Bürger in Kauf nehmen müssen. In Kauf nehmen? Keine Option für Inserbock und Hermann Oldewottel. Sie fühlen sich von der Politik im Stich gelassen, verraten. Auf die Anwohner wird überhaupt keine Rücksicht genommen. Es wird nur darauf geachtet, dass dem Betreiber das gut geht und dass die ordentlich ihre Windparks durchbekommen und aufbauen können und Geld verdienen. Mit dem Geld der Steuerzahler natürlich, weil diesen ganzen subventionierten Strom zahlen wir ja zusätzlich auch noch mit. Ruhe suchen sie auf einem Campingplatz, weit genug von ihrem Zuhause und dem Windpark entfernt. Hier verbringen sie die Abende, vor allem aber die Nächte, um Schlaf zu finden. Wenn ich das alles würdige, was wir inzwischen gelesen haben, denke ich, dass wir, wenn wir nicht aufpassen, Deutschland vielleicht zu einem Land der Schlaflosigkeit machen oder der müden Menschen, weil sich halt Signalen ausgesetzt sind, die sie nicht hören und vor denen sie sich deshalb auch nicht schützen können. Schlaflosigkeit, Herzprobleme, Wahrnehmungsstörungen, Schwindel. Das sind nur ein paar der Krankheitssymptome, die Infraschall hervorrufen kann. Zwischen 10 und 30 Prozent der Menschen, so Mediziner, reagieren darauf. Allein in Deutschland wären das mehrere Millionen. Dennoch, das Massenexperiment mit der Windkraft nimmt seinen Lauf. Das war's, das war's, das war's, das war's.